In der heutigen Folge plaudern wir darüber, wie wichtig unsere Energie für ein erfülltes Leben ist. Was genau wir damit meinen, wodurch sich unsere Energie entlädt, wie wir persönlich unseren Liebespeicher auffüllen und was bewusstes Grenzen setzen damit zu tun hat, erfährst du heute hier bei uns. Boodle Knockout, der Podcast von und mit Lilla Sauerschnigg und Stefanie Scharawäger. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Dog. Boodle Knockout. Herzlich Willkommen zum Boodle Knockout Podcast. Du hörst die bezaubernde Stimme von Steffi. Ole Ole. Ole Ole. Und Lilla. Ole Ole. Neue Runde. Go guys, go. Wirklich, genau so. Da sind wir wieder, wir zwei. Mit voller Energie, was ihr super zum Podcast passt. Heute, auf jeden Fall. Und wir freuen uns riesig, wieder hier sein zu dürfen. Ja. An diesem wunderschönen Dienstag mit dir gemeinsam. Vielleicht ist es Dienstag, vielleicht hörst du es auch erst am Mittwoord am Donnerstag oder es ist morgen oder abends. Wir sind ja immer, immer, jederzeit, allzeit dabei. So schaut es aus. Egal, ob am Laufen, beim Baden, beim Schlafengehen, in jeder Situation, in jeder Lebenslage. Auch beim Einschlafen haben wir letztens ja gehört. Es ist auch sehr schön, damit man die Stimme noch einmal hört. Es ist auch sehr schön. Es ist so schön. Also, egal wo du gerade bist, schönste Frau, wir sind bei dir. Egal, was du machst. Und es freut uns. Wir bleiben bei dir picken, wie sagen wir immer so schön. An den Pop-Spacken picken bleiben wir. Ja, uns wirst du nicht mehr los. Ganz genau. Das ist unser Slogan. Den Satz habe ich gesucht. Genau, so danke, Steffilein. Ja, heute doch mal ein. In eine Folge, die, wir sind sehr oft gebeten worden, darüber mal zu sprechen. Weil Energie ja ein ganz großes System in unserer beider Leben ist. Ich meine, in allen unseren Leben. Aber bei uns ist es halt definitiv auch so, dass es in den letzten Jahren einen ganz hohen Stellenwert bekommen hat, weil wir natürlich auch ganz genau hinspüren, wie wir mit unserer Energie haushalten, um den Titel zu zitieren. Und da wollen wir heute ein bisschen eintauchen, damit wir euch einfach auch ein bisschen in unsere persönliche Geschichten mit reinnehmen, wie wir mit unserer Energie umgehen, was uns Energie entzieht, wie wir sie wieder aufladen und so weiter und so fort. Und da plaudern wir heute ein bisschen Wüte drauf los, gell, Steffilein? Das ist der Plan. Wüte und schauen wir, was rauskommt. Heute mal ohne großartige Vorbereitung. Freestyle. Weil wir einfach gerne darüber erzählen würden. Warte, ich sage es noch einmal. Freestyle. Freestyle? Entschuldige, nein. Habe ich das schon wieder nicht zurückgehört, gell? Alles, wer nicht gehört hat. Freestyle. Heute ist Freestyle. Hülla, hallo. Ja. Heute ist Freestyle. Ja. Freestyle geht los. Freue ich mich drauf. Wird cool und bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Man weiß es ja nicht so genau. Nein. Freestyle halt. Genau. Das schaut aus. Aber ich bin davon überzeugt, es wird richtig cool, weil wir dieses Thema lieben, weil wir dieses Thema leben. Ja. Und weil man da einfach sich einen Überraschung, großen Schlüssel mitnehmen kann für eine erfüllte Lebensgestaltung. Super. Absolut. Bin dabei. Einer unserer Schlüssel, die auch in unserem Buch vorkommen. Schlüssel. Essentiell. Ja. Es gibt sicher mal in der Merchandise auch. Ja, haben wir schon mal so coole Schlüssel zugeschickt gekriegt mit so Herzen und keine Ahnung was. Ja. Da wird was entstehen und irgendwann in unserem Shop landen. Ja, ja, ja. Wenn wir diese Energie dafür haben, dass das da ist. Wenn wir Lust haben. Ja, genau. Dazu. Dann schauen wir mal. Das spüren wir gut hin. Aber ja. Da tauchen wir ja schon mal richtig gut da heute ein in all das, gell? Genau. Starten wir rein. Starten wir rein. Let's do it. Definieren wir mal, was wir genau mit dieser Energie meinen, Herz allein. Ja. Was sagst du dazu? Ist ja ganz leicht zu definieren. Das haue ich gerne rein. Ja, genau. Deswegen. Warum erzählen wir immer wieder von dieser Energie und was meinen wir mit dieser Energie? Genau. Was würdest du sagen? Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt keine Antwort habe. Die. Energie, ich auslasse. Ich passe, ich nehme den Telefon-Joker. Ich rufe mal, wie ist das Energie an? Nein, aber es ist ganz, super. Es ist gerade, glaube ich, gerade draußen bei den Leuten kein energiebringendes Thema. Ja, das ist wahr. Aber es ist auch ein Thema, wie wir uns schützen und unsere Energie schützen. Nämlich nicht diese ganzen Horror-Nachrichten uns dazu füllen, aber da kommen wir später hin. Aber was meinen wir eigentlich mit dieser Energie? Das ist eigentlich eine gute Frage. Weil es ist gar nicht leicht zu beschreiben, was diese Energie ist. Weil diese Energie ist etwas, was man fühlt, aber nicht in dem Sinne sieht. Es ist ja nicht etwas Greifbares, aber es ist etwas stark Fühlbares. Und die Energie, würde ich jetzt einmal sagen, mal ganz kurz mal so aus unserer Sicht, ist unser Leittier. Das ist der Nordstern. Die Leitkuh. Ja, genau. Die führt uns an. Nach dieser Energie gehen wir. Wir spüren da gut hin. Wir haben gelernt, sie zu spüren. Ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also ich glaube nicht, dass man, manche sicher schon, aber bei uns war es ein Prozess, auch diese Energie wirklich bewusst wahrzunehmen. Wenn ich jetzt mal kurz bei mir eintauche, für mich war das immer so, ich dachte immer, ich bin so eine Hexe. Ich habe so einen Hexen-Summit bei der Witchcraft auch gelandet. Ja, bist du aber eh. Ja, das war so mein Ding. Und ich habe so gespürt immer, ich spüre so, was könnte passieren, was stimmt da, mit wem stimmt was nicht, von wem sollte ich mich fernhalten, wovon will ich mehr. Ja, das war immer so, so früher war das so, das ist der Technomantel, ich bin so eine kleine Hex und das spüre ich irgendwie. Und irgendwie hat sich das aber weiterentwickelt, dass wir zwei auch gemeinsam in unserem gemeinsamen Prozess des Energiefindens draufgekommen sind. Das ist die Energie, die wir spüren. Das ist eine Energie, die im Raum ist, das ist eine Energie, die ja viel höher ist als Raum und Zeit. Das ist ja gar nicht greifbar und gar nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, messbar in Form von jetzt ist diese Energie da oder ich kann nur die Energie fühlen, der jetzt genau bei mir hier vis-a-vis ist, sondern das geht ja über all das hinaus. Das ist ja auch so, wenn wir zum Beispiel unsere Masterclasses abhalten und sich Frauen die Aufzeichnung anschauen, spüren wir auch die Frauen in der Aufzeichnung und sind mit denen energetisch verbunden. Auch wenn die jetzt gerade nicht live mit uns da jetzt dabei sind, haben wir da trotzdem eine ganz orgelstarke Verbindung dorthin. Und umgekehrt natürlich auch, die spüren auch unsere Energie, unsere Verbundenheit, all diese Geschichten. Also es ist etwas, was höher ist, als unser Verstand irgendwie greifen kann und sehen kann. Aber die Energie ist für uns essentiell für unser erfülltes Leben. Das wäre jetzt mal so mein erster Freestyle-Impuls. Großartig. Was sagst du dazu? Ich teile diese Meinung selbstverständlich zu tausend Prozent. Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten. Es ist gut, dass ich es dir als erstes gestellt habe. Ich hätte gar nicht gewusst, genau was man sagt, aber das ist eh schon so schön zusammengefasst. Ich glaube auch, dass dieses Energie, so pass auf, wir messen auch wirklich unsere Energie bewusst nach dem, was sich richtig anfühlt. Super. Dankeschön. Und ich denke oder spüre und weiß, dass ich dadurch, wie soll ich sagen, Energie, das wäre hoch, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so hoch ist. Dadurch kann ich meine persönliche Energie messen, obwohl sie nicht messbar ist. Aber ich kann sie messen, indem ich hinspüre, ja, das fühlt sich richtig an. Und auch im Gegenzug, das fühlt sich nicht richtig an. Und ich spüre dann, um ganz persönlich mal wieder da auch reinzugehen, ist, nicht nur wenn ich dann müde ausgelockt bin, auf körperlicher Ebene logischerweise, aber auch, es ist, glaube ich, auch spürbar, messbar, wenn du, es klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber so, wenn ich den Fokus nicht mehr auf mir habe. Wenn ich viel zu sehr im Außen bin. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wie du oder ich, wir, Energie uns immer wiederholen, indem wir wieder bei uns selber eintauchen. Und mal hinspüren, und das braucht halt auch einen bewussten Pauseknopf oft, daran scheitert es halt oft, dass ich einmal hinspüre und sage, hörst du, was ist da gerade los mit mir? Fühlt sich irgendwas irgendwo nicht richtig an? Kann natürlich auch körperliche Konsequenzen haben, dass man dann echt wirklich schon müde ist, dass man Kopfweh kriegt, dass man, keine Ahnung, krank wird. Ja, ich habe immer so ein bisschen meinen Indizien, auch diese Nackenanspannungen, das weiß ich dann schon. Ich habe länger jetzt irgendwas da gefühlt getragen, was jetzt irgendwie da wieder abgelegt werden darf. Und aber, worauf will ich jetzt hinaus? Das ist sicher das, diesen Fokus auf sich selbst zu richten und wirklich einmal ins Herzl spüren, in die Seele spüren, in den Körper spüren und sich die Zeit bewusst dafür nehmen auch, sich den Raum dafür geben. Das ist es, was schon wieder Energie gibt, dass ich mir selber mal Aufmerksamkeit schenke und wirklich einmal, alles einmal von außen otra. War das jetzt deutsches? Ja, war nur die falsche Frage. Spaß. War schon Frage Nummer sieben. War schon Frage. Ja, war's nicht. Nein, aber super. Erster Impuls. Freestyle, Leute. Es ist genau das, was in Wirklichkeit geht. Ich bin zu tausend Prozent, auch ich unterschreibe das zu tausend Prozent, weil das einfach essentiell ist. Und es sicher eine gute Beschreibung auch ist, was wir mit dieser Energie meinen. Weil manches entlädt uns und manches gibt uns Kraft. Und da gibt es halt unterschiedliche, wie soll ich sagen, Schlüssel? Überraschung. Ja. Wie wir damit gut umgehen können. Nein, das war mega. War zum Spaß. Es ist auch so, wir haben so einen schönen Satz heute auch schon heute besprochen, wir zwei. Und den nehme ich jetzt kurz mal her. Sind wir in unserer vollen Energie, sind wir gleichzeitig in einem Zustand ohne Widerstand? Ja. Und das ist auch so ein Indiz. Ja. Was wir genau mit Energie meinen. Ein Zustand ohne Widerstand. Mhm. Ein Zustand im Hier und Jetzt. Ja. Ein Zustand weit weg von, oh Gott, was passiert jetzt bloß? Was muss ich noch tun? Und was war da alles in der Vergangenheit? Also wirklich ein bewusstes Im-Hier-und-Jetzt-Sein ist für mich auch Energie. Oder so würde ich es auch definieren, um die Frage jetzt richtig zu beantworten. Ja? Also das kommt sicher auch noch dazu. Ja. Ein Zustand ohne Widerstand ist überhaupt ein wunderschöner Satz, finde ich auch. Ja, dann sind wir in unserer vollen Energie. Wo wir einfach einmal nur bei uns sind. Mhm. Ist eh immer wieder schwierig. Ja? Ist auch ein Übungsprozess. Wir haben jetzt auch nicht gesagt, so heute, ab sofort sind wir nur mit unserer weiblichen Energie, sondern haben gelernt, was das bedeutet, was das genau ist. Ja. Und immer wieder ganz bewusst hingespürt. Ja. Auch beispielsweise auch in unserem Business, wann wir Masterclasses machen. Bei uns gibt es ja nicht das eine Datum und da halten uns daran fest und wir spüren immer mehr schon Wochen davor. Das ist keine Jahresplanung. Und hätte, ja, das ist alle, keine Chance. Es ist schon einmal bei uns schwierig, Termine verpflichtend, die Termine einzuhalten. Ich persönlich habe ein Energiethema, ich meine, wir wissen sie beide, oder alle, ja. Also wenn Verpflichtungen anstehen oder viele Wochenenden als Beispiel zu sind mit Terminen, macht man deshalb einen Stress. Ja. Ich brauche auch für mich und für meinen Kalender, und da Anführungszeichen, einen Platz. Ja. Ich brauche, ich will nicht auf dem Kalender schauen und sehen, morgen das, Dienstag das, was ist denn nicht, Samstag haben wir das, das, das und das. Da spüre ich dann schon, da entzieht man wieder Energie. Also um da wieder reinzugehen. Ja, das gehört wohl dosiert, gell? Ja, genau. Das gehört viel, so wie du sagst, dem Platz, da ist viel Raum für freie Entwicklung, ist für uns essentiell und darin geht dann auch ganz viel, da schaffen wir und machen wir und kreieren wir und bringen auch ganz viel weiter. Wenn aber unser Kalender zu voll ist, egal ob das jetzt geschäftliche, private, ärztliche oder sonstige Termine sind, drückt uns das, drückt uns auch in unserer freien Entfaltung, ja genau, und das stresst uns und da bringen wir auch sicher weniger nebenbei, sage ich jetzt mal, weiter, als in diesen Wochen, wo es relativ locker und flockig ist, weil da geht was. Genau. Da flutscht. Das ist unser Freigeistsein auch, gell? Der Freigeist braucht den Raum. Ja, aber ich finde, das ist auch ganz wichtig für sich herauszufinden, weil es ist ja nicht jeder so freigeistig, sage ich jetzt einmal, oder hat jeder, oder wie soll ich sagen, es ist ja nicht jeder der gleiche Persönlichkeitstyp. Genau. Und das gibt ja auch viele Menschen, das ist wirklich essentiell für sich herauszufinden, wer bin ich denn überhaupt? Bin ich ein sensibler Mensch? Bin ich ein Mensch, der viel Freiraum braucht? Bin ich ein Mensch, der viel Struktur braucht? Ja. Vielleicht, es gibt genug Menschen, die genauso, ich glaube, das hält sich die Waage, es gibt Menschen, die einfach, so wie wir, viel Freiraum brauchen für die Entfaltung, und es gibt Menschen, die im Umgekehrten sind, viel Struktur und Ordnung brauchen. Viel, der Kalender darf gut strukturiert sein und alles eingetragen sein, und dann können sie da gut in ihrer Energie sein. Absolut richtig. Also das ist essentiell, auch herauszufinden, wer bin ich eigentlich als Mensch? Wie, das ist ein Prozess, das herauszufinden, ein Prozess auch mit Trial and Arrow. Arrow? Arrow. 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 Who is Arrow? Mit wem? Hello Arrow. Arrow. Also, auch dieses, das darf man auch ausprobieren und schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das haben wir eh schon mal oft gesagt, diese Dinge so. Also, was bringt mir Freude, was tut mir gut, was lässt mich wachsen, davon mach mehr, und was tut mir nicht gut, davon mach weniger. Und das darf auch mal, das herausgefunden werden. Absolut. Das ist ganz wichtig, glaube ich, essentiell, um herauszufinden, wie kann ich mit meiner Energie arbeiten, wie kann ich mit meiner Energie haushalten, darf ich mal herausfinden, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich leben und was schenkt mir tatsächlich Energie? Und nicht nur so wie die zwei Love Sisters, die lustigen Händel, die da sitzen und sagen, ja, wir brauchen nicht viel im Kalender und das tut uns nicht gut. Das sind wir. Und es gibt viele Menschen, denen es da ähnlich geht, aber es gibt nicht genauso viele Menschen, die sagen, na, so geht das bei mir gar nicht, das kostet mir irrsinnig viel Kraft und Energie, wenn ich Plan und Struktur drinnen habe. Das stresst mich dann. Komplett. Es gibt ja auch genauso die Möglichkeit, es gibt für die, die gerne Struktur im Kalender haben wollen oder gerne auch diese Struktur haben generell, kann man ja auch, das haben wir ja schon oft gehabt, auch mit Klientinnen, diese Selbstliebe-Oasen auch absolut gut einplanen. Das machen wir dann auch genauso, genau, Lila. Genau. Wir machen es halt nach unserem Freigeistsein. Jetzt spüren wir, jetzt brauchen wir das. Ja. Beziehungsweise auch lassen dann Termine weg, bewusst. Aber genauso kann man sich auch für sich überlegen, wenn man ein strukturierter Mensch ist und das gerne so leben möchte oder auch braucht, dass man sich selbstbewusste Selbstliebe-Oasen, so nennen wir das auch immer gern, in den Kalender einträgt. Ja. Ja. Auch diese Selbstfürsorge-Rituale und diese Geschichten, wo wir wirklich ein ganzes Bücherl mit unseren Klientinnen kreieren. Sozusagen dieses SOS-Bucherl, wo sie sich jeden Tag, das sind essentielle Dinge, die ganz wichtig sind. Die sollen, die müssen täglich passieren. Wie zum Beispiel, weil sie eine 20 Minuten raus in die Natur gehen, einmal am Tag, um den Kopf frei zu bekommen oder fünf Minuten Atemübungen machen. Ja, weil das sind Dinge, die sind einfach essentiell, die müssen passieren, weil passiert das nicht, kommen sie aus dem Ruder raus. Und dann gibt es sozusagen die Good-to-haves, wo man sich jede Woche oder wie es halt für einen passt, eines noch raussucht, was mir besonders gut tut, was mich auflädt, was mir Energie schenkt. Und da kreieren wir wirklich ganze kleine Bücher voll mit unseren Frauen, die sich da wirklich dann ganz konsequent auch ihre Sachen raussuchen und sie auch in den Kalender eintragen. Um wirklich da aufzupassen, weil das ist für viele Frauen, die wir kennen, die müssen wirklich ganz gut auf ihre Energie achten. Da ist schon so viel passiert, da ist der Speicher schon so leer oder da ist das Leben schon so anstrengend oder das Leben bringt gerade so viele Aufgaben mit sich. Das ist manchmal so, in manchen Lebensphasen einfach. Man ist alleinerziehende Mutter, tausend Dinge gibt es ja da, hat vielleicht gerade den Job verloren oder, 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 oder. Das ist ein Todesfall in der Familie passiert. Tausend Dinge, wo man einfach schon so leer ist energetisch oder man war krank. Wirklich viele unterschiedliche Lebenssituationen einfach. Man ist einfach energetisch schon so leer und da ist es wirklich ganz essentiell, wirklich sich da hinzuspüren, was brauche ich, was gibt mir Energie und wie schaffe ich es dadurch auch, sie peu a peu mir immer mehr aufzuladen. Ganz genau. Beziehungsweise in manchen Lebenssituationen geht es gar nicht so stark ums Aufladen, sondern das, was jetzt noch da ist, das zu halten. Dass man nicht noch mehr ins Energie-Minus rutscht und schon gar nicht mehr können und am Zahnfleisch daherkommen und gar nicht mehr wissen, bin ich Zombie, bin ich Mensch. Und da ist es wirklich dieses super Beispiel, so brachte es da wirklich diese Energie-Oasen, Selbstliebe-Oasen, Auftank-Oasen, sich wirklich auch hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen und auch dieses Bücherl, wenn man das so machen möchte, es immer mehr auch zu füllen. Es kommen neue Ideen dazu. Auch dieses sich damit auseinandersetzen, schenkt schon wieder Energie. Genau. Ganz genau. Weil ich mir ein paar Minuten nehme und da hineinspüre, was könnte mir denn Freude bereiten, was könnte mir denn gut tun. Und allein schon, dass ich mir einen Gedanken dorthin schenke, gibt schon wieder in meinem hundertprozentigen Energie, wie soll ich sagen, Reservoir, das halt vielleicht jetzt gerade auf, weiß ich nicht, fünf Prozent gerade ist nur, schenkt mir aber vielleicht gerade ein, zwei Prozent wieder. Absolut. Das hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Und auf die Zeit dann natürlich sich immer, man fühlt sich dadurch immer mehr. Man achtet gut auf sich, man spürt gut hin, was tut man gut. Ich schenke mir das, so wie du sagst, schenke mir Selbstfürsorge. Genau, und das fängt auch bei Kleinigkeiten nur an, gell? Ja. Man darf sich auch da, glaube ich, nicht zu sehr stressen, dass man sich jetzt das Geschenk machen will oder diesen Erfolg haben muss durch die Selbstliebe auch, oder die Energie spüren muss. Also es geht wirklich da auch ganz weiblich auch reinzugehen und mal intuitiv hinzuspüren. Manchmal ist es so, wie du sagst, zehn Minuten, zwanzig Minuten spazieren gehen. Manchmal ist es auch zwanzig Minuten auf der Couch liegen. Ja. Manchmal ist es auch, weiß ich nicht, ein Kaffee weniger trinken am Tag, drei Zigaretten weniger rauchen. Ein gutes Essen machen einmal, bewusst ein gutes Essen kochen, bewusst essen, bewusst mir den Raum auch schaffen. Heute esse ich ganz in Ruhe. Ja, genau. Und gönne mir da meine Selbstliebe-Oase in der Mittagspause zum Beispiel. Oder gönne mir heute extra einen Schokokuchen, weil ich ur Bock drauf habe und schenke mir den. Und das ist halt ganz, wie soll ich sagen, kommt ganz darauf an, wonach sich auch dein Herz, dein Körper, deine Seele gerade auch am meisten sehnt. Ja. Es ist einfach so. Es hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun, mit Selbstliebe auch. Und natürlich auch mit Selbstfürsorge und diesem mit sich selbst in Verbindung gehen und mit sich selbst in Beziehung gehen. Das hat ganz viel mit Energie zu tun. Wer bin ich? Was brauche ich? Was schenke ich mir jetzt? Ja. Und was lasse ich? Ich möchte es nochmal kurz aufgreifen. Was lasse ich auch vielleicht weg, weil ich weiß, es kostet mir doch wieder Energie. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, auch zu viel Zucker essen. Ja, genau. Das ist ein großes Thema. Das ist da die Waage zu spüren auch. Auf der einen Seite natürlich, ich habe jetzt einfach an Gustav diesen Schokokuchen und schenke mir das als Selbstfürsorge und genieße den. Oder einen warmen Schokolade-Pudding oder solche Geschichten einfach, die mich einfach auch von innen wärmen, die mich von innen liebevoll nähern, wo ich vielleicht auch eine schöne Erinnerung, ein schönes Gefühl an meine Kindheit oder sowas auslösen kann. Und auf der anderen Seite darf ich aber auch hinspüren, wie viel Zucker zum Beispiel tut mir gut, wie viel Koffein tut mir gut, wie viel Nikotin tut mir gut. Genau. Wenn man zum Beispiel Raucher oder Kaffeetrinker ist, das ist einfach essentiell, weil oft sind das dann Zusatzfaktoren, die mir sehr viel Energie kosten. Absolut, kann das. Und ich unterschätze es aber. Oder bin so auf diesen Koffeintrip und trinke dann noch ein Red Bull und dann das Ahnung und eine Cola und keine Ahnung was, weil ich eh schon keine Energie habe. Getscha, getscha, getscha. Aber real gesprochen kostet es mir aber eigentlich sehr viel Energie. Und da auch hinzuspüren und zu schauen, sich in sein Selbstliebebücherl auch reinzuschreiben zum Beispiel, wie viel Kaffee tut mir tatsächlich gut? Ist die vierte Tasse, die mich dann schon komplett aushagelt und ist eigentlich bis zur dritten Tasse komplett okay? Dann darf ich hinspüren, wie viele Tassen schenke ich mir denn heute? Ganz bewusst, weil auch das mir auf Dauer mein Energiereservoir wieder voller werden lässt. Ganz genau. Und ich auch darauf achte, was tut mir nicht gut? Geht auch oft die Frage um Menschen. Ja, unbedingt. Nicht nur um Dinge oder Lebensmittel, was total wichtig ist. Genauso geht es auch oft darum, und das beobachten wir auch oft, diese zum Beispiel Termine einhalten mit Menschen oder auf ein Date gehen mit jemandem, obwohl es alles in dir sagt. Ich würde aber gar nicht. Ja. Ich, auch bei der letzten Folge haben wir die Rückmeldungen immer wieder gekriegt, dieses Gott sei Dank, ja, kann ich einfach auf meiner Couch liegen und nichts tun und muss mich nicht treffen, wenn ich das nicht möchte. Und das ist auch ein energieraubender Moment oder entladender, wenn ich ständig aufgrund von schlechten Gewissen vielleicht oder Verpflichtungen heraus Dinge tue, die mir eigentlich gar nicht gut tun. Und du hast so oft so einen schönen Satz gesagt, und ich glaube, der macht es halt immer wieder rund auch, dieses, was fühlt sich für mich richtig an. Da darf man wirklich immer so bewusst, egal in welchem Zusammenhang, hinspüren und danach handeln. Das ist die große Aufgabe. Das ist die große Aufgabe. Weil oft, ich kriege das auch immer wieder mit, im Bekanntenkreis und so weiter, dass man sagt, boah, bist deppert, ich habe jetzt so viel vor, ich habe so viele Termine vor mir und ich muss mich mit dem treffen, mit der, mit der, ba, ba, ba. Oder habe das Date, das Date, das Date, im Datingmarathon zum Beispiel. Alles in dir schreit aber schon, nein, 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 bitte bleib einfach einmal nur daheim am Wochenende. Und aufgrund eben von unseren eigenen Mustern tun wir es dann. Und diese innere Stimme, diese Intuition ist sicher auch bei der weiblichen Energie vor allem essentiell, dass ich immer wieder hinspüre, will ich das oder sollte ich das vielleicht tun? Oder muss ich das tun? Oder muss ich das tun? Weil sonst ist es vielleicht auch, die Freundin hat gefressen auf mich, wenn ich jetzt nicht mit dabei bin. Ist auch ein Thema. Ganz oft. Und dann machst du es der Freundin wegen, dass du, keine Ahnung, fortgehst, obwohl du gar keine Lust hast, damit sie erfüllt ist, damit es Harmonie gibt. Und parallel aber schreit alles in dir bitte, gib dir einfach einmal nur Zeit und Raum und Ruhe nur für dich. Und das ist immer das. Diese Eigenverantwortung spielt auch eine essentielle Rolle in dem Ganzen. Zu sagen, hey, ich brauche heute für mich meine Ruhe. Ja. Und wer es nicht versteht, der passt auch nicht in dein Leben. Das ist auch ganz wichtig. Immer wieder. Da hast du was Wichtiges gesagt auch, nämlich gerade für so harmoniebedürftige Menschen ist das wirklich auch teilweise eine Gratwanderung. Weil auf der einen Seite wünscht man sich nichts mehr als Harmonie und Friede und dass man mit jedem aus seinem Umfeld da total harmonisch und gut auskommt und dass das alles passt und verliert sich darin aber, so wie du es auch so schön gesagt hast, man macht Dinge der Freundin zuliebe oder irgendjemand der Mutter zuliebe oder Sonstiges für die Harmonie, für die Liebe da drinnen und in Wirklichkeit wollen wir das gar nicht oder passt das einfach im Moment gar nicht. Und man schafft es aber aus dieser Harmoniebedürftigkeit heraus, da nicht zu sich zu stehen. Genau. Und das ist auch etwas, gerade so, ja, wollte ich gerade sagen, gerade so harmoniebedürftige Menschen sind sehr müde oft und sehr ausgelaugt oft, weil sie so wie die Tellerdänzerin mit 27 Tellern jonglieren für alle anderen und man schon gar nicht mehr kann in Wirklichkeit, aber nicht weiß, wie man da rauskommt. Das ist wirklich auch, ich glaube, auch gerade so harmoniebedürftige, sehr sensible Menschen tun sich da auch, glaube ich, schwerer, sich auch gut abzugrenzen. Absolut. Man ist dadurch, das sind oft sehr empathische, sehr offene, herzoffene Menschen auf der einen Seite und da drängen auch diese Fremdenergie natürlich viel leichter in einen ein. Und das klingt jetzt nicht dringend, nein, 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 aber es ist so, ja, das macht was. Und nicht jeder Mensch, muss man auch sagen, hat immer gute Energien. Nein. Und nicht jeder Mensch ist etwas, wo man sich denkt, mit deiner Energie, die möchte ich jetzt in mir drinnen haben. Sondern es gibt sehr gut, sehr viele Energiewampire, Energiesauger. Es gibt sehr viele negative Menschen auch, die mit ihrer Scheiße, sage ich jetzt einmal, die ihre Scheiße über uns drüber stülpen wollen, die das so ganz selbstverständlich machen und denen da die ärgsten Geschichten reindrucken und alles so ein bisschen so negativ und schwer, gerade als so ein sensibler, herzoffener Mensch, man nimmt das dann sehr leicht auf und das kostet einem ganz, ganz, ganz viel Kraft. Man ist wirklich auch, gleich Lila, man ist auch wirklich, wie soll ich sagen, verseucht von dieser Fremdenergie und wundert sich, warum komme ich in meinem Leben nicht weiter. Obwohl ich ja eh versuche, das zu machen und meditiere und Yoga mache und keine Ahnung was, aber dann darf ich auch reflektieren, was habe ich denn für Menschen in meinem Umfeld und wessen Energie tut mir wirklich gut und wessen Energie zahlt mir aus und ohne. Ich wollte nur noch sagen dazu, dass es sicher auch dieses Verseuchen, diese Energieverseuchung in einem von Fremdenergien, kommt auch oft daher, dass man vieles persönlich nimmt. Sicher auch ein großes Thema, auch bei sensiblen Harmoniebedürftigen, aber ich glaube auch generell, dass man oft, keine Ahnung, irgendwie Beispiel, wie bei der letzten Podcast-Folge, jemand sagt, ein Date ab, ich nehme es persönlich, der Fehler liegt an mir, das entzieht mir wiederum die ganze Energie, natürlich. Und ich glaube, dass da auch ein großes Thema drinnen steckt, nicht nur in dem, ich möchte es allen recht machen, ich möchte meine Harmonie nicht opfern oder ich opfere das nicht, weil mir ist lieber, es passt alles für alle. Wo will ich jetzt hinaus? Dass man auch, ich glaube, es war sicher auch einer meiner Schlüssel, nicht so viel Gedanken zu machen, was andere denken. Und dass es auf jeden Fall Millionen Mal, Trilliarden Mal wichtiger ist, was ich jetzt denke, in dem Ganzen. Und ich glaube, das ist sicher immer was, wo man auch hinspüren darf, gerade wenn man sich müde und ausgelockt fühlt, wie viel mache ich noch für andere permanent, dass es passt und wie wenig mache ich dadurch eigentlich für mich. Und so wie du sagst, dann rennst du dann schon und bist ja schon so im Minus drinnen und machst aber trotzdem nur weiter, dass da draußen alles passt. Und parallel willst du dann vielleicht noch als Singelfrau endlich ein Date haben und das genießen, schaffst du es aber gar nicht mehr mehr, wenn man schon so im Rad rennt. Ja, man sieht dann auch, wenn man da jetzt auch kurz hineingeht, man sieht ja dann auch, wenn man jetzt so zum Beispiel diese ausgelaugte Singelfrau, dessen Fokus jetzt, wenn sie hinspürt, unabhängig von all den Ängsten, die sich vielleicht einschalten, aber wenn sie ganz ehrlich in sich hineinspürt, gerade vielleicht spürt, na, ich mag jetzt nicht, ich mag jetzt nicht daten, ich mag gar nicht, ich möchte einfach mal Ruhe haben, mich auftanken, mich um mich selbst kümmern. Dann schaltet sich so von hinten diese Stimme ein, ja, aber bitte dich sicher, dass du nicht überbleibst und dann rennt man in dem Rad und beginnt dann wieder zu daten. Und genau diese Frau, die das eigentlich gar nicht möchte und sich aber trotzdem in dieses Dating, in diese Dating-Welt hinaus schmeißt, ja, man zieht ja wieder dann komische Männer an. Das darf man nicht unterschätzen, was unsere Energie, was wir da ausstrahlen und was wir dadurch anziehen, weil unsere Energie nicht reiner ist und nicht frei ist und nicht wirklich aus der Liebe heraus, sondern aus der Angst heraus. Man sieht dadurch auch ständig komische Geschichten oder auch gar keine, was dann auch so anstrengend macht. Es kommt gar keiner zum Beispiel und man reißt sich eh schon einen Arsch auf und hat das coolste Profilbild auf Tinder und swipet hin und her bis zum Gehtnichtmehr und versucht auf irgendwelche Single-Partys vielleicht zu gehen oder Sonstiges, ja, versucht sich da verkuppeln zu lassen und alles in einem schreit, ich mag das jetzt gar nicht, ich brauche eigentlich mehr Kraft und Energie für mich. Dann kommen die komischen oder gar keine Männer auch. Deswegen dürfen wir da auch uns wirklich erlauben. Das ist auch etwas, was wir in unseren Coachings immer machen. Wir sagen ja wirklich einmal, Aufgabe eins, Dating-Pause. Stopp drücken. Da schlucken viele mal. Viele sagen, ja, super, danke. Gott sei Dank sagt ihr das. Ich spüre es schon. Ich will jetzt eh nicht. Ich will mich jetzt voll auf mich konzentrieren. Aber genauso viele schlucken und schauen uns mit großen Augen an und kriegen mal kurz die Panik und denken sich, wie soll ich dann einen Partner kriegen, wenn ich jetzt sage es, ich darf nicht daten. Aber das ist eine ganz, ganz bewusste Einladung von uns auch. Das ist ja kein Zwang, sondern eine liebevolle Einladung, da wirklich mal auf Pause zu drücken und auch mal da zu schauen, wer bin ich? Was will ich? Was möchte ich überhaupt? Wo möchte ich hinkommen? Wie schaut es mit meiner Energie aus? All diese Dinge, weil dann, wenn ich mir das schenke, ich dann mit einer ganz anderen Energie wieder draußen in der Welt bin und dann oft sehr automatisch der Richtige angezogen wird, ohne dass wir dann noch irgendwie in diesem alten Strudel gefangen sind und etwas tun müssen dafür, sondern wir machen eine Pause, kümmern uns jetzt mal nur um unsere Klientin. Da gibt es jetzt drei Monate voller Fokus auf dich, all die Liebe, all die Fürsorge, all das. Es darf sich alles um dich drehen und plötzlich bin ich in einer ganz anderen Energy, aber in einer ganz anderen, in einer total entspannt, zurückgelehnt, in mir ruhenden, wissend, wer ich bin, meinen Wert kennend. Ja, was macht denn das im Außen? Man darf das nicht unterschätzen. Also auch dieses Getriebensein darf einfach einmal dann auch einmal pausiert werden. Ich verweise auf die Folge Nicht tun, faul sein, schwach sein. Ja, super. Aber die könnt ihr euch jederzeit genau dann wieder anhören, weil ich glaube, erstens einmal hast du was ganz Wichtiges, wieder einmal was ganz Wichtiges gesagt, mit dieser Erlaubnis, sich das zu erlauben, dass eine Pause sein darf in jeglichen Belangen und man darf auch wirklich zu dieser Pause bewusst stehen. Dass ich sage, Alter, ja, ich lade mich jetzt einfach einmal auf. Ich brauche jetzt kein Damm-Damm mehr. Ich mache es jetzt mir leicht. Wir wehren uns oft dagegen, glaube ich auch, dass es einmal leicht sein darf. Sie ist sicher auch ein Energieräuber. Man glaubt nur nicht in sich ganz dran, dass das Leben ist leicht, wirklich wahr ist. Erlaubst du dir aber darum irgendwann einmal die Pause und stehst zu dieser Pause, spürst du, wie leicht es wirklich sein kann. Und das war auch bei uns so, auch oft erst der Anfang, wo du denkst, okay, passt, wirklich viel leichter. Ich habe wirklich viel mehr Energie. Ich bin klarer in meinen Entscheidungen. Ich habe auch die Kraft wieder, klare Entscheidungen treffen zu können, überhaupt. Oft entscheidet, gerade dann, wenn man so ausgelockt ist und so, boah, eh schon so getrieben ist das Leben permanent für dich. Es beutelt dich. Es schickt dir quasi die Aufgaben, die vielleicht bedeuten dürfen, hey, mach einmal eine Pause. Du rennst eh schon wie eine Irre, ja, im Dating-Marathon zum Beispiel. Mach einfach einmal eine Pause, mach einfach einmal nichts. Und sofern wir noch immer nicht darauf hören auch oder das wahrnehmen, bewusst erkennen, geht das einfach so weiter. Und wie gesagt, die Entscheidung wird dann für uns getroffen. Irgendwer muss eine Entscheidung treffen, es ist einfach so. Und wenn wir es selber nicht übernehmen, dann macht etwas das für uns, was auch immer. Und so wie du sagst, dann kommen halt auch permanent zum Beispiel im Dating Männer, die nicht passen oder gar keiner. Und dann ist die Lösung, jetzt mache ich einmal eine kurze Pause, ich muss mir das einmal anschauen, was da rennt in Wirklichkeit. Oder Männer, das fällt mir jetzt auch noch dazu ein, Männer, die uns ablehnen. Richtig, weil wir uns selbst auch ablehnen. Weil wir uns selbst nicht die Aufmerksamkeit schenken. Und dann kriegen wir das natürlich, da entscheiden dann die Männer für uns sozusagen. Und man fragt sich einfach, warum wäre ich immer abgelehnt und rutsche noch weiter rein. Aber in Wirklichkeit darf ich genau da auf Pause drücken und sagen, so, jetzt kümmere ich mich mal richtig gut um mich. Schau mal, was da mit mir los ist und wie kann ich mich wieder aufladen für meine Minus 70 in meinem Energiereservoir. Voll. Wenn ich da mal hinspüre, in Wirklichkeit. So ist es. Was würdest du sagen, Lila, was ist denn weibliche Energie? Also, weibliche Energie, habe ich schon auswendig gelernt. War ja bei, jetzt fliegt ein Hubschrauber, ich hoffe, das hört man nicht so stark. Mal wieder, jetzt ist er gleich bei dir, Steffelein. Es geht auf jeden Fall in der weiblichen Energie auch darum, ganz bewusst ein entspanntes, erfülltes Leben zu erschaffen. Weibliche Energie hat, war ja in der Masterclass, ein Riesenthema. Bald kommt die Aufzeichnung in den Online-Shop. Dann könnt ihr euch das alle noch einmal anschauen, ganz in Ruhe. Und es geht halt bei weiblicher Energie auch extrem um das Thema Schöpferkraft. Dass ich mein Leben so erschaffe und gestalte, wie ich das für mich richtig empfinde. Und aus dem Ganzen heraus ziehe ich natürlich auch dann gleich wiederum den richtigen Mann an. Ich manifestiere daraus sogar, wenn ich in meiner weiblichen Energie bin. Und ein wesentlicher Aspekt des weiblichen Prinzips ist die Herzensenergie. War auch ein großes Thema in der Masterclass. Und das ist diese ganz starke Verbindung zu deinen eigenen Gefühlen. Wenn man das schon allein ausspricht, ist alles klar, wenn es um mehr Energie geht, finde ich. Die Verbindung zu deinen eigenen Gefühlen. Dass ich wirklich einmal nicht nur mich mit meinem Körper verbinde, sondern wirklich auch mit meinen Gefühlen und sage, hey, was fühlt es denn gerade da in mir? Wie geht es mir denn eigentlich gerade? Wirklich. Wirklich. Und dadurch natürlich, je mehr wir in dieser weiblichen Energie leben und in dieser Herzensenergie leben, werden wir natürlich auch automatisch anziehender, magnetischer, unwiderstehlicher. Das ist die feminine Anziehungskraft, diese Magie der Ausstrahlung auch. Wenn man oft Menschen sieht, in den Raum betreten und denkst du, boah, aber nicht, weil es so unter Anführungszeichen schön ist, weil was ist denn auch schön, sondern da strahlt was. Ja, hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Das ist Lebensfreude. Da ist ein Lachen, ein ganz einfaches aus dem Herzen heraus. Das ist Herzensenergie. Und dann ist das Leben auch kein Kampf mehr, nicht? Ja. Da ist dann genau das, was wir vorher gemeint haben, das Leben darf dann wirklich leicht sein und ich lebe das auch. Das ist eine Lebensphilosophie in dem Ganzen und dann braucht es nicht mehr anstrengend sein und dann flutscht das auch. Ja. Das ist so. Ja, man spart sich damit auch viel Herzschmerz und Frustrationen in Wirklichkeit. Das ist wirklich, wenn wir Frauen da in unserer weiblichen Energie ankommen, Ja, wirklich. macht es das Leben halt schon sehr viel leichter. Das muss man halt schon noch einmal sagen und das ist auch etwas, was wir halt wirklich auch zelebrieren mittlerweile. Also das ist wirklich etwas, was ganz, ganz, ganz starker Teil in unserem Leben ist, dass wir wirklich dann immer mehr nach dieser weiblichen Energie gehen und was sich halt einfach auch zeigt, dass einfach auch unsere Männer da so anspringen drauf. Und das ist halt einfach, weil der Mann an sich ist einfach drauf programmiert, diesen weiblichen Frauen, dieser weiblichen Energie regelrecht hinterher zu laufen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd oder überheblich vielleicht, aber das ist ganz liebevoll gemeint. Natürlich auch. Ja, das ist natürlich biologisch so angelegt. Sie sind da einfach, sie fühlen sich von dieser weiblichen Energie massiv angezogen. Und da geht es nicht um lange Haare, um hohe Schuhe, um irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern das ist etwas, so wie die Lila das so schön gesagt hat, das ist diese Herzensenergie, dieses Verbundensein mit unseren Gefühlen, dieses unsere Herzenssprache zu sprechen, hinzuspüren, was möchte ich, was tut mir gut. Und das ist wirklich, dann brauche ich ja auch keinen von außen. Das spielt da alles mit hinein, sondern ich bin da so frei in mir, dass alles von außen einfach eine Bereicherung sein darf oder nicht. Und das ist halt wirklich etwas, was die Männer halt wirklich ganz wie ein Sog fühlen sich dahin gezogen in Wirklichkeit. Also das ist auch wirklich eine Einladung an uns. Wenn du auch den Mann deiner Träume einladen willst, dann darfst du auch gut auf deine Energie achten, die du aussendest. Ist sie offen, ist sie unbeschwert, ist sie zurücklehnend, empfangend, verspielt, weich, warm? Oder ist deine Energie eher verschlossen? Also das Gefühl, du machst zu, du hältst dein Herz zu, du hältst deine Herzenssprache zurück. Du führst energetisch aus diesem Kontrollwunsch heraus, aus Unsicherheit und Angst heraus. Du gehst eher strategisch vor. Darf man wirklich mal gut hinspüren? Wo sind wir da mit unserer weiblichen Energie? Und um dorthin spüren zu können, dürfen wir uns wieder mit uns selbst auseinandersetzen. Und mit uns verbinden. Und mal fragen, was geht so ab? Irgendwas stimmt da nicht. Und wer bin ich überhaupt? Was ist da los? Ja, genau. Ganz genau. Auch viele Frauen wünschen sich so einen starken, maskulinen Mann. Die wünschen sich dieser Mann, was wir oft als Beispiel bringen, was unsere Männer so liebevoll machen, wenn wir auf der Straße gehen, dass sie uns nach innen, auf die Innenseite des Gehsteigs, damit sie uns schützen können. Die wünschen sich einen Mann, der die Tür aufhält, der sie zum Essen einlädt, der sie ausführt. Und gleichzeitig bin ich aber vielleicht in einer verschlossenen, energetisch führenden Energie. Genau, dann geht sich das nicht aus. Dann lasse ich diesem Mann ja auch gar keinen Raum dafür, dass er Mann sein kann an meiner Seite. Also ich darf da wirklich auch reflektieren. Das heißt nicht, dass wir sozusagen schwache Weibchen sind. Damit hat weibliche Energie gar nichts zu tun, weil wir schupfen unser Leben, unser Business aus, wie nur was. Und unsere Männer ziehen da den Hut vor uns und wie soll ich sagen, wie man es eh immer sagt, sind unsere Cheerleader Nummer eins, die uns da anfeuern und stolz auf uns sind. Aber gleichzeitig haben wir auch dieses, ich möchte mich bei dir anlehnen, ich bin dankbar, dass du da bist, ich bin so froh, dass du mich schützt und diese ganzen Sachen. Dass da darf wirklich, dürfen wir wirklich da mal unseren Weg finden, unsere Energie finden. Ein Energietanz, wie wir so schön gesagt haben, der Masterclass. Das ist ein Energietanz zwischen männlicher und weiblicher Energie, die absolut harmoniert dann auch. Ja, ja. Und die wirklich auch diesen Magnetismus ausmacht, dieses, boah, man will mehr davon. Boah, die Frau spürt, das ist so anziehend, der Mann spürt, das ist so anziehend. Und man ist dann gegenseitig auch so fasziniert voneinander und denkt sich, boah, was für eine Frau. Und du denkst dir, boah, was für ein Mann, hallo. Und der Energietanz geht weiter, wie schon oft erzählt ihm in der Natur, bei den Vöglein, in dem Balztanz. Das geht immer, gell? Das kommt ja nicht von irgendwo, das ist einfach so. Ja. Wollen wir ein bisschen noch eingehen, was uns persönlich entlädt und wieder auflädt? Mhm. Sonst davon. Unbedingt. Wir haben eh schon sehr viel darüber erzählt, aber vielleicht noch einmal zusammengefasst, Steffelein. Was entlädt Energie? Also schon einmal, wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Absolut, sehe ich genauso. Wenn wir wieder unserer, wie soll ich sagen, wieder unserer Natur leben. Absolut. Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Find mal heraus, was bist du überhaupt für ein Typ Mensch, welche Persönlichkeit hast. Und wenn wir wieder dessen leben, kostet uns das ganz, ganz, ganz viel Energie. Uns persönlich kostet das auch Energie. Das haben wir, glaube ich, eh auch schon mal in einem Podcast erzählt. Wenn wir uns darin verlieren, wenn zum Beispiel, ich nehme es jetzt als Beispiel, Frauen bei uns posten, irgendwie wie, wenn sie sich da gegenseitig da so in diesem Jammertal halten, in diesem Opfermodus halten und dann gegenseitig dann so ein Man-Bashing passiert oder all diese Sachen. Und wir aber da uns auch zu sehr reinlassen in das Ganze, weil wir uns denken, wir müssen da jetzt irgendwie wachrütteln, weil damit die ganze Welt auch ähnlich versteht, wie leicht es ist, wenn es leicht ist und wie schön es ist und keine Ahnung was. Und wir uns darin aber verlieren, weil es gar nicht unsere Aufgabe ist, die ganze Welt zu retten oder da jeden Einzelnen da, ich weiß nicht, überall im Einzelnen durch zu coachen, die überhaupt nicht unsere Klienten sind, wo wir überhaupt keinen Auftrag haben oder sonstige Dinge. Und das kostet uns persönlich zum Beispiel sehr viel Energie, woran wir aber ganz stark arbeiten beziehungsweise, finde ich, sind wir da wieder super schön draußen. Finde ich auch. Haben wir schon gut geübt. Ist schon wieder was gelöst. Haben wir schon Momente gehabt, wo wir wirklich Stunden um Stunden uns da beide gemeinsam da reingetiggert und ausgekotzt und aufgeregt und es nicht verstanden haben. Und wir wollten diese Frauen auch liebevoll wachrütteln. Aber wir haben uns aus dem Ganzen wieder hinausgenommen, weil it's not our business. Yes. Geht uns nichts an. Und geht auf unsere Energie. Ist so. Definitiv. Kostet uns vielesinnig viel Energie. Das kostet Energie. Ja. Vielleicht noch kurz dazu, was nämlich sicher auch ein Thema ist, immer wieder, auch bei unseren wundervollen Frauen um uns herum, was sicher auch Energie entlädt ist, wenn man nicht seine eigene Wahrheit spricht. Ich glaube, dass es ein großes Frauenthema ist, das Runterschlucken. Das ist okay. Ist ja wurscht. Lassen wir es, wie es ist. Oder eben, so wie ich es vorher schon erzählt habe oder wie wir es vorher erwähnt haben, dieses Anpassen an die äußere Situation, an den Mann, den ich gerade treffe. Ich verbiege mich, ich mache mich klein, ich spreche nicht meine Wahrheit und stehe auch nicht dazu, was ich wirklich will. Ja. Und was mir wirklich wichtig ist, da sind wir wieder auch beim Grenzensetzthema. Ja, will ich, nein, will ich wirklich nicht. Ja, und das ist sicher auch ein Thema, wo man immer wieder gut hinspüren darf, sprichst du hier deine Wahrheit. Ist das deine persönliche Wahrheit? Kommt das aus deiner Herzensenergie heraus? Oder aus, ich sollte das, ich muss das so machen, ich verliere ihn, wenn ich so nicht bin. Ja, oder wie auch immer. Was auch immer, dafür Muster rennen mögen. Das ist sicher ein großes Energieentladungsthema. Wenn ich wirklich lang, auch manchmal unbewusst, Dinge tue, die in Wirklichkeit, oder wie soll ich sagen, es nur darum geht, dass ich das anderen recht mache und meine eigene Wahrheit da überhaupt nicht mehr spreche, in gar keinster Weise mehr zu mir stehe. Und es geht hier nicht um Forderungen oder Erwartungen erfüllen, sondern wirklich das, was mir wichtig ist. Dazu stehe ich. Beispielsweise auch im Dating-Single-Thema ein Kinderwunsch. Ja, dass man dann oft dazu stehen darf, dass ich mir Kinder wünsche. Und wenn jemand kommt, der sagt, ich will keine, dann darfst du auch da bewusst stehen. Und oft verbiegt man sich da und sagt, na gut, naja, okay, gut, machen wir schon irgendwie. Ja, dann kommt der große Ball auf der Straße, in Wirklichkeit. Also sprich deine Wahrheit, das lädt dich wirklich auf. Ja. Das zu einem Selbststehen. Ja, und dazu ist es so essentiell, wirklich, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, herauszufinden, wer du bitte bist. Ja, du wirst was wirklich wüsst. Ja. Manchmal denkt man, man will da draußen etwas unbedingt haben, wie beispielsweise den Partner. Und tief in dir drin heißt es aber, eigentlich will ich gerade ganz bei mir sein. Ja. Ganz in Ruhe mein Leben gestalten, mal herausfinden, was, keine Ahnung, ich beruflich überhaupt will. Geht sich manches gar nicht aus. Aber wenn ich im Radl renne, merke ich es nicht. Und oft hat man dann vielleicht was, das bekommt man dann und dann guckt man drauf, ich will das eigentlich gar nicht. Ja, genau. Das ist genau das, deswegen ist es so wichtig, weil bin ich was will ich. Ja, auch in welchen, wie soll ich sagen, Beziehungskonstellationen lande ich. Ich bin eine Frau, die sich eine feste Liebesbeziehung wünscht und stecke aber in einer Freundschaft plus zum Beispiel fest, stecke in einer Affäre fest, stecke in regelmäßigen One-Night-Stands fest und wünsche mir aber eigentlich ganz was anderes, nämlich einen Partner, mit dem ich mich auf intimste Art und Weise seelisch verbinden kann, nämlich mit meinem Partner und nicht mit einem, irgendeinem Mann. Ja, und da gerade das auch, wenn wir das kurz aufgreifen, auch Frauen, die Sex haben mit Männern, um zum Beispiel Liebe zu bekommen, das kostet so viel Energie, das macht so viel mit uns. Bitte, die, die es machen wollen, ich betone es wieder, weil vielleicht schreit da wieder wie Alarm, ja, schreit wieder wer auf, die, die One-Night-Stands wollen und sich ausleben wollen, bitte, wir sind die Letzten, mach alles, was sich richtig für dich anfühlt. Aber wenn du eine Frau bist, die sich ganz was anderes wünscht, dann darfst du auch darüber reflektieren, ob du jetzt da immer wieder auf den Bröselverteiler anspringst, ob du immer wieder diesen Typen, mit dem du Freundschaft plus hast, mit dem du wirklich ins Bett möchtest, ob das wirklich das ist, was du willst, ob du wirklich in dieser Affäre sein möchtest, du darfst darüber reflektieren und hinspüren. Sehr gut. Ja. Ist auch der Schlüssel schlechthin, dieses was will ich, um sich echt wieder aufzuladen. Ja, genau. Haben wir halt auch schon des Öfteren erwähnt, aber es ist genau das, du gehst dadurch mit dir in Beziehung, du spierst da mal hin. Manchmal passiert es auch, dass man draufkommt, fucking shit, dass man ein bisschen so, wie soll ich sagen, draufkommt, dass man viele Jahre gegen die Energie gegangen ist, gegen das, was ich wirklich will und das kann auch manchmal ein bisschen ein Wachrüttler sein, der ein bisschen wehtut, tatsächlich. Aber es ist essentiell, sich wirklich immer wieder zu fragen, was will ich, um sich aufzuladen. Das ist der kraftvollste Schlüssel, wenn es um unsere Energie geht. Sie verbindet dich mit der Intuition. Da geht es um Lebensfreude. Da geht es darum, der Freude zu folgen, der Fülle, sich die Fülle zu erschaffen und sich davon auch führen zu lassen. Und das ist bei uns sicher auch bei uns beiden in der persönlichen Entwicklung auch der Schlüssel, wir haben uns leiten lassen. Intuitiv. Und dann kam eins nach dem anderen auf uns zu, automatisch in unser Leben, ohne, ich sage es nochmal, einer unserer Lieblingssätze, etwas dafür tun zu müssen. Das war dann einfach auch so. Ich möchte es noch ein bisschen korrigieren. Wir tun schon etwas, nämlich auf uns hören. Ja, das stimmt. Auf uns achten. Aber wir tun nichts im Außen irgendwie aktiv oder Sonstiges, aber wir hören einfach ganz wirklich dahin, was sich für uns richtig anfühlt und was nicht. Genau. Und ich möchte auch aufgreifen, weil sich vielleicht viele jetzt fragen, ob wir immer, wenn wir unseren Energiespeicher jetzt hernehmen und sagen, 100 Prozent haben wir alle zur Verfügung, ob wir immer 100 Prozent zur Verfügung haben. Nein. Wir sind auch oft müde und ausgelaugt oder haben einfach irrsinnig für Gas gegeben, aber das sind auch Wellen. Wir Frauen sind ja zyklische Wesen. Und wir haben ja auch, das ist auch wichtig bezüglich der Aufladung, auch auf unseren Zyklus zu achten, auf unseren ganz ureigenen, persönlichen Zyklus zu achten, in welchen Phasen bin ich energetisch ganz hoch und in welchen Zyklusphasen bin ich vielleicht eher ruhig in mir, brauche Ruhe und Rückzug. Also das hat auch viel mit der Periode zu tun, all diese Geschichten, aber nicht nur, sondern wir sind wirklich da ganz, wir Frauen sind da ganz eigen und jede Frau darf für sich da herausfinden, in welcher Phase bin ich gerade. Und herausfinden bedeutet, dass ich hinspüre. Und wenn ich jetzt gerade merke, ich bin halt müde und einfach Lehrer oder sonstige Dinge, dann darf ich auch dafür, wie soll ich sagen, mir etwas schenken, wie Ruhe, Pause, nichts tun, chillen, Fernsehen, meditieren, gut essen und diese Dinge. Und wenn ich die Phase habe, wo ich Vollgas meine Energie spüre und meine, ich sprühe nur so vor Energy und weiß gar nicht, wohin damit, ja dann darf ich damit auch raus und was erschaffen oder unter die Leute oder keine Ahnung was, aber da darf ich lernen auch hinzuhören und ich finde, das machen wir wirklich gut. Absolut. Auch jetzt so nach der Masterclass und so weiter, da waren wir so müde, weil wir so viel von unserer Energie, das macht ja was in unserem Job, wir geben wirklich viel von unserer Energie her. Wir schenken da viel hinaus an unsere Frauen, in die Welt, all diese Sachen, das macht ja was. Jeder Podcast, wir sind müde nach einem Podcast aufzeichnen. Absolut. Wir starten in den Podcast hinein und sind voller hoher Energie und sind fertig mit dem Podcast und sind beide uns müde. Der Tag nach dem Podcast oder die Stunden nach dem Podcast oder den Tag eigentlich, da braucht man nicht noch 20 Coachings machen oder sonstige Dinge. Das ist over. Nach den Coachings sind wir müde. Wenn mehrere Coachings hintereinander sind, sind wir uns müde. Ja, was brauchen wir dann? Ruhe. Aber nicht auch noch den Druck, jetzt sollte man vielleicht noch eine Story machen und das müssen wir auch noch machen, einen Beitrag. Wir machen das in unserem Tempo, das haben wir gelernt. Wir haben wirklich gelernt, darauf zu achten und genau dieses auf uns zu achten, lädt uns stetig auf. Wir haben uns nach der Masterclass fast zwei Wochen zurückgezogen. Es gab zwei Wochen keinen Podcast und sind aber nicht mehr, was vielleicht früher war, besonders bei mir drinnen, dann vielleicht so dieses, wir sollten aber, da dürfen wir das jetzt nicht und keine Ahnung was. Und erwarten die Leute drauf und die Downloadzahlen und dieses und jenes und bla 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 bla. Nein. Möchten wir? Nein. Wollen wir jetzt nicht? Haben wir Energie dafür? Nein. Haben wir nicht. Okay, passt. Gut ist. Chillen wir. Entspannen wir. Laden uns auf. Ziehen wir uns zurück. Ziehen wir uns in unsere Höhle zurück. In unser Innerstes zurück. In unser Herzall zurück. Und genau da laden wir wieder auf und kommen von ganz allein. Plötzlich spürt man, wie Tag für Tag die Energie wieder höher wird. Die Lust und die Lone. Und man möchte. Von ganz allein. Ja, genau. Es kommt ja von ganz allein und plötzlich sitzt man dann wieder da und quatschen sich wieder in den nächsten Podcast rein und mit einer Energie, die Boom macht. Wäre eine Woche vorher, drei Tage vorher nicht gegangen. Ja. Aber auf das achten wir. Ja, genau. Und da darf man halt immer wieder auch für sich selber hinspüren, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Bin es mir ich wichtig, dass ich jetzt einmal sage, ich möchte mir für mich meine Ruhe gönnen, weil es anders gar nicht mehr geht? Oder renne ich weiter? Renne ich weiter. Ist mir das wichtiger? Das Rennen. Ja? Das Stetige. Und das haben wir sicher ganz bewusst auch für uns erschaffen. Das ist ja auch das, was ich an unserem Business so liebe. Dass das einfach den Platz bekommen muss, auch in einer Form. Weil man sich anders gar nicht mehr aufladen kann. Nein. Und wenn wir sich ehrlich sind, die Frage, was will ich oder will ich das? Es kommt eine klare Antwort. Immer. Und auf die gilt es zu hören. Und nach der gilt es zu handeln, beziehungsweise Entscheidungen zu treffen. Möchte ich jetzt einen Podcast machen, nachdem wir gerade alle unsere Energien in die Masterclass gegeben haben und es kommt ein Nein. Und wir machen aber trotzdem einen. Was ist jetzt denn, was man auch bei Kollegen und so weiter mitbekommt? Und die sind krank. Die haben Fieber und solche Geschichten dann. Bei uns kommt das Nein und wir hören jetzt konsequent drauf und handeln auch danach und sagen Nein. Genau. Die Geschichte ist damit zu Ende. Da gibt es auch kein schlechtes Gewissen, da gibt es auch keine Schuldgefühle, da gibt es auch kein Druck oder sonstiges, sondern wir entscheiden das für uns. Wer denn sonst? Wem sind wir denn Rechenschaft auch schuldig? Darüber darf man sich auch mal nachdenken. Ja, genau. Warum, glaube ich, Dinge tun zu müssen? Entschuldige, eins, als auch die dann im Endeffekt an niemanden befriedigt. Wenn da kommt dann irgendwas dabei raus, dann taugt dann gar nicht oder sonst irgendwas. Wenn jemand Rechenschaft fordert, ist er nicht der Richtige. Entschuldigung. Die eigene Entscheidung über das, was ich will, das treffe schon bitte noch ich oder das treffen bitte noch wir in diesem Zusammenhang. Das ist auch klar. Definitiv. Und sonst ist der Mensch auch nicht der Richtige für dein Leben. Das ist einfach so. Ja, ganz klar. Da darf man auch immer wieder gut hinspüren. Wirklich. Die Energieräuber sind überall. Everywhere. Wirklich. Ich würde auch gerne noch vielleicht reingehen in das Thema dieses, wie wir uns abgrenzen. Weil das war, glaube ich, auch ganz essentiell in unseren beiden Prozesse. Weil ich kann mich da auch erinnern, dieses, ich war ja auch als junges Mädchen so eine, die es alle für alles gemacht hat. Und dann bin ich mit dem Mensch zusammengekommen und der war genau das Gegenteil. Dem war das komplett wurscht, was die anderen da jetzt denken oder keine Ahnung was. Und irgendwie habe ich mich auch dorthin entwickelt, dass ich so mein eigenes Ding da drin gefunden habe und weiß, was mir nichts, was der Denseitproblem ist, ist nicht automatisch mein Problem. Und ich muss nicht die ganze Welt retten. Und wenn irgendwer ein Problem mit mir hat, was ist nicht, interessiert es mich meistens nicht. Muss man auch sagen, wie es ist. Und ich finde auch, dass wir zwei gemeinsam uns da nochmal weiterentwickelt haben. Ganz sicher sogar. Ganz sicher sogar. Weil das hat mit der Abgrenzung zu tun. Das Thema meine Geschichte, deine Geschichte. Es ist so. Das ist deins, das ist meins. Und wenn wir lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen, wie ich es vorher schon erwähnt habe in dem Ganzen. Und dass das wichtig ist auch oft, glaube ich, in dem Ganzen, das geht um Meinung. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist die Meinung dieses Menschen, um sich noch bewusster abzugrenzen. Es geht um diese eine Meinung. Und ich habe eine andere. Und deswegen nehme ich mir das aber auch nicht. Meine ist richtig. Ja, das ist dann wieder die andere Geschichte. Ich kenne genug Leute, die sagen, ja, aber meine ist die richtige. Es gibt meiner Wahrheit meine. Jeder darf seine eigene Wahrheit haben, bitteschön. Das ist auch vollkommen klar. Aber es ist wichtig, sich da auch abzugrenzen und zu sagen, ja, das ist aber meine und das ist deine. Es ist in familiären Geschichten auch immer wieder ein großes Thema, wenn man es zu seiner eigenen Geschichte macht. Oder eine Geschichte mitnimmt, die niemals deine eigene war, systemisch gesprochen. Aber das ist jetzt ein ganz größeres Thema, weil genau darum geht es, sich abzugrenzen. Und so wie du es so schön gesagt hast, wenn jemand ein Problem hat, ja, oft ist es ja so, dass es gar nicht sorgt. Manche Menschen haben Probleme mit einem und sagen es gar nicht, aber lassen es dich dann irgendwie spüren. Ja, das ist unterschwellig. Energetisch. Zurückschreiben oder schief anschauen oder weiß ich nicht, wie auch immer, dann ist das aber auch nicht mein Problem, sondern deins. Weil du machst dadurch eine energieentladene Geschichte in Wirklichkeit. Und deswegen geht es auch ganz viel, glaube ich, da auch um das Thema Eigenverantwortung beim Thema Abgrenzen. Ich achte auf mich. Und das ist einmal das Allererste, worauf ich schaue. Und dafür übernehme ich auch für mich Verantwortung, dass das auch so passt für mich. Sagst du dazu, bin zu tausend Prozent der Korre mit dir. Ja, ist so, ist ganz wichtig. Das Energiethema hat mit Abgrenzen ganz viel zu tun. Und sich nicht die ganze Scheiße von den anderen zu übernehmen. Das ist wieder dieses Beispiel, ich liebe dieses Beispiel, wenn einer kommt mit einer Scheibtube voll mit Scheiße und sie vor deiner Türe ablädt. Was machst du denn damit? Welcher Typ Mensch bist du, du denkst zu sein oder denkst du sein zu müssen, wenn jemand da einen Scheißhaufen vor deiner Tür ablädt und ladet? Und da liegt jetzt der Scheißhaufen und da gibt es unterschiedliche Typen. Der eine denkt sich, um Gottes Willen, was denken die Nachbarn, wenn jetzt der Scheißhaufen vor mir liegt? Ich muss den schnell wegtun. Der andere denkt sich, oh, die Scheiße liegt ja vor mir, die gehört zu mir und ich stopfe sie bei mir überall rein. Rein mit der Scheiße rum. Der andere nimmt die Schaufel, nimmt die Schaufel, schaufelt sie rein und schiebt sie wieder zurück. Ist das deine Scheiße? Ja, man kann sich da wirklich hinspüren. Mei, der hat so viel Scheiße gegeben, ein bisschen Scheiße auch. Ich helfe dir. Ja, genau. Geht schon. Ich helfe dir. Ich schaffe dir jetzt gemeinsam. Ich mache das schon irgendwie. Das ist ja auch kein Problem. Und ich muss mir auch nicht aus meiner Meinung nach nicht einmal aus der Scheiße an Dünger in meinen Garten hinstreuen. Weil du kannst dir deine Scheiße behalten, bitte. Nein, das kann man wirklich wieder nehmen. Genau so ist. Da geht Gott. Gehört nicht mehr. Ich dünge mit meiner eigenen Scheiße. Ja, genau. Jeden Tag aufs Neue. So schaut es aus. Wirklich. Vielleicht noch zum Abschluss. Nur ganz da nochmal hinzuspüren, ob man auch die Energie eines anderen spüren kann. Weil das wird uns sehr oft gefragt, gerade beim Daten und diese ganzen Geschichten. Und das ist, ja, ein ganz ein klares Ja. Man spürt die Energie eines anderen. Beziehungsweise auch die Männer spüren unsere Energie sehr stark. Das ist ja wieder so etwas Höheres, Unterschwelliges, was ja nicht in Worte fassbar oder greifbar ist. Aber wenn wir zum Beispiel in einer bedürftigen Energie drinnen sind, die Männer haben da ein Radar dafür. Die spüren das. Wenn wir da irgendwie dieser, ich brauche dich und ich brauche einen Partner in dieser ganzen Energie drinnen sind. Das ist nicht die anziehende Energie. Und das ist eher etwas, wo wir dann wieder an Männer geraten, die uns entweder ablehnen oder gar nicht zu uns ran wollen. Oder wie komische Männer, die vielleicht selbstbedürftig sind, anziehen. Und man kann wirklich auch spüren oder wie soll ich sagen, man kann Energie auch messen. Man kann sie messen, wenn sie, ob eine Energie eher positiv ist, ob sie leicht ist, ob sie beschwingt ist, ob sie ermutigend ist, ob sie freudig ist. Dann sind wir in dieser positiven, schönen, leichten Energie. Davon ja, mehr. Und genauso spüren wir, wenn es eine negative Energie ist. Das spürt man, man spürt es körperlich, das zieht einen runter, das entmutigt einen ein bisschen. Das macht einen vielleicht auch so ein bisschen traurig, man hat das Gefühl, man wird so ein bisschen manipuliert, sind Vorwürfe drinnen, Schuldgefühle drinnen. Das ist so diese Energie, die uns runterzieht und von der distanzieren wir uns. Ganz klar. Wir dürfen uns da auch schützen. Wirklich. Ich schütze meine Energie, genau das ist und da dürfen wir wirklich auch ihn spüren, in das Ganze. Absolut. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen was zum Energiethema verzeiht. Ziemlich viel verzeiht. Ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube. Hör auf dich, hör auf dein Was-Will-Ich, achte gut auf dich, achte gut auf deinen Körper, was du deinem Körper gibst, genauso was du deinen Gedanken gibst. Ja, deiner Seele. Deiner Seele, deinem Herz. Spüre hin, was für dich wichtig ist, stehe dazu, sprich deine Wahrheit. Ich mag diesen Satz einfach so gerne auch. Und erschaffe aus deiner weiblichen Energie heraus dein Leben, in dem, ich möchte es einmal betonen, alles möglich ist. Und in dem das Leben leicht sein darf. Da darfst du immer wieder hinspielen. Wo geht es noch ein bisschen leichter? Darf ich es mir selbst noch ein bisschen leichter machen? Ist auch ein wichtiger, Lila, was du jetzt gerade sagst, ist auch ein wichtiger Indikator. Ist mein Leben schwer und anstrengend, darf ich auf meine Energie achten? Darf ich schon schauen, wo kann ich Rädchen drehen, wo kann ich was verändern, wo kann ich es mir leichter machen? Weil das Leben, wenn wir in einer vollen Energie sind, ist das Leben leicht. Absolut. Ist so. Dann bist du auch in deiner Kraft. Ja, genau. Und das ist nicht immer in jeder Lebensphase, in jeder Lebenssituation gerade leicht. Ist uns sehr bewusst. Aber auch hier können wir vieles dafür tun, liebevoll dafür tun, für uns tun, damit es leichter wird. Und damit wir uns auch langfristig immer mehr auffüllen. Ganz genau. Und du darfst dir auch bewusst sein, du wundervollste Frau hier bei uns, du hast eine unerschöpfliche Energie in dir. Die kann man immer wieder auffüllen. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für dein ganzes Leben, für dein Umfeld, für alles um dich herum. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und wenn du in deiner Energie bist, zum Beispiel, weil du Dinge tust, die dir Freude bereiten, dann ist auch deine Aura leuchtend und gibt Wärme und Licht ab. Es gibt so Aura-Messer auch, wo man das wirklich auch sieht. Und genauso können ja, wie wir es gesagt haben, diese negativen Erlebnisse oder Energieräuber von außen dein Feuer auch klein halten. Also bitte achte gut drauf, was dir Energie raubt. Welche Menschen, welche Situationen, welche Handlungsweisen in deinem Leben. Und damit du in deine Energie kommst, darfst du dich auch wirklich gut um deine Lebensfreude und um dein Feuer in dir kümmern. Schau gut hin, was dir Freude bereitet und erkenne und lebe danach, was dir wirklich gut tut. Und dazu gehört es einfach, die Lila hat das heute eh auch schon mal ganz, ganz, ganz schön gesagt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist essentiell. Du hast es in deiner Hand, du hast dein Leben in deiner Hand und du hast deine Energie in deiner Hand. Also spür mal hin, du unerschöne Frau. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du dir erlauben, deiner Energie zu folgen? Spürst du und weißt du, welche Dinge dein Herzl höher schlagen lassen? Darfst du mal rein reflektieren. Und folge dem, was dein Herzl höher schlagen lässt. Ja, unsere Herzens-Einladung. Ja, das ist immer richtig. Immer, immer richtig. Ja, genau. Ja, schön. So ist das, gell? So ist das bei uns. So ist das bei uns. Jetzt haben wir davon ein bisschen was erzählt. Ja. Und lade dich auf. Lade dich auch gerne auf mit Boodle Knockout Podcast. Machen auch viele. Zapfe an die Energie. Ja. Von Stefanie und Lila und von Boodle Knockout. Ja, klar. Oder viele buchen ja Masterclasses bei uns, um das noch kurz abschließend zu erzählen. Nicht nur natürlich aufgrund des Inhalts und aufgrund der Coaching-Übungen und so weiter und so fort, sondern weil sie auch unsere Energie so gern haben. Und weil das so viel verändert. Also wir zwei haben schon auch, glaube ich, deswegen unseren Auftrag erfüllt, gut auf unsere Energie zu achten, um sie auch rausgeben zu können. Das ist ja auch ein Energiespiel hier. Wir wollen ja das auch weiter schenken, weitergeben. Und das geht natürlich nur aus unserem gefüllten Liebespeicher heraus. Und den füllen wir nicht nur für uns auf, sondern auch für dich, schönste Frau, die hier bei uns ist. Und deswegen sagen wir einfach noch einmal von Herzen Danke, dass wir gemeinsam unsere Liebespeicher hier auffüllen dürfen. Weil schließlich und endlich kriegen wir ja irrsinnig viel zurück, was uns Energie gibt an Nachrichten, an Liebe, an Dankessagungen, an gemeinsamen, verbundenen Masterclasses, wo sich Frauen aufladen, dass es kein Morgen mehr gibt. Und dann über Wochen lang die Aufgeladensten sind, sich dann die Aufzeichnung nochmal anschauen und dann wieder aufgeladen sind. Ja, es ist eine super Strategie und genau darum geht es. Deswegen, wir sind hier alle samt in einem absolut ganz großen Liebesenergiefeld. Alle miteinander, Bullknockert, wie wir sind. Und dafür sind wir zwei, Steffelein, einfach unendlich dankbar. Ja, du hast jetzt so schön gesagt, wirklich. Dankeschön. Ich danke dir. Danke für dich. Danke für dich auch. Fangen wir nochmal an? Ja, das könnte man jetzt auch noch sagen, weil das ist schon, ich meine, ich haue jetzt noch eine, Satz raus, ich hoffe, es bleibt bei einem Satz. Was uns ganz viel Energie geschenkt, sind wir zwei miteinander. Definitiv. Unsere Freundschaft, unsere Liebe, unser Business, unser gemeinsames Sein, unser Spaß, den wir haben, unser Deppertlachen über die dümmsten Sachen, unsere Insiders. Ja, und unser Jede kann so sein, wie sie ist. Wir haben jetzt vor kurzem darüber gesprochen, um das auch noch abschließend zu sagen, dass es ja auch so schön ist, dass wir uns zeigen können, wie wir sind. Und da geht es nicht nur um unseren Charakter, der sehr oft sehr ähnlich ist und oft total unterschiedlich, sondern auch um, man sitzt da ungeschminkt mit fett Haar. Ich meine, das klingt jetzt so banal wieder, aber das ist so essentiell, weil ich möchte Menschen genauso wie du und wo ich mich zeigen kann, wie ich bin. Und da gehört das dazu, dass ich mich ganz zeige. Ja, genau. Das ist auch etwas, was so Energie gibt und deswegen, Herzländer, du hast vollkommen recht. Und wir zwei geben uns Energie ohne Ende. Der wichtigste Schlüssel eigentlich. Jetzt haben wir den auch. Gott sei Dank haben wir den auch. Ja, zwischendurch ist noch eingefallen. Vergesst alles, was in der Stunde war, das ist es. Eine Stunde vier. Jetzt haben wir es. Wirklich. Das ist einfach so. Also der Austausch unter verbündeten und gleichschwingenden Schwestern ist etwas, was wiesinnige Energie gibt. Und dafür bin ich auch. Lieben wir. Wirklich. Ich auch. Danke, danke, danke. Danke und danke auch für dich, du wunderschönste Frau, die hier mit uns ist und manche schon ganz lange, manche ganz frisch, aber ich würde sagen, der Großteil, gefühlt 99,9 Prozent, bleibt bei uns bieten. Das ist richtig schön. Das ist richtig geil. Wir lieben es wirklich. Wir müssen uns eh nicht mehr los. Das ist ja unser Ziel. Einmal angechankt, hängst du an unserer Liebesnadel sozusagen vor. Also, dann bleibt uns nur noch eines zu sagen. zu diesem wunderschönen Podcast-Ende jetzt. An diesem wunderschönen Podcast-Ende. Und zwar, liebe Bussi. Bappappapp. Aber praktisch. Das ist ja unser Ziel. Und zwar, liebe Bussi. Und zwar, liebe Bussi.